Die für viele Menschen schönste Zeit des Jahres hat auch in Riesa wieder begonnen. Am vergangenen Freitag wurde nach der Premiere im vergangenen Jahr hinter dem Rathaus wieder die Klosterweihnacht eröffnet. Der kleine Markt präsentiert sich mit gemütlichem Flair und buntem Programm noch bis einschließlich 15. Dezember. Die Eröffnung um 17 Uhr erfolgte durch Oberbürgermeisterin Gerti Töpfer und die Turmbläser, außerdem wurde traditionell der Riesenstollen angeschnitten. Eine Woche lang wird es neben einer Wichtelwerkstatt auch viele Bühnenprogramme geben, außerdem lockt die täglich bis 19 Uhr geöffnete Eisbahn viele Besucher.